Das ist total einfach! Hallo und herzlich willkommen, liebe Helden der Straße! Heute wollen wir euch unsere Race-Kombi Fullspeed vorstellen. Die Entwicklung der Fullspeed hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir sehr viel testen konnten und auch oft im Dreck liegen durften. Durch das lange Probieren und durch das oft Stürzen konnte man da sehr weit in die Entwicklung mit eingreifen und wurde auch Gehör gefunden. Ganz tolle Sache von Helden, dass die immer wieder Rücksprache erhielten, die Kombis wieder zurückgeschickt wurden und sie sich die Sachen angeschaut haben. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, ein Produkt zu haben, das jetzt nicht nur geil fest sitzt, sondern Bewegungsfreiheit und Schutz bietet. Bei der Fullspeed ist man noch einen Schritt weitergegangen und hat sie zu 100% aus Känguruleder gefertigt. Qualität zeichnet sich da halt aus. Und mit den vorgeformten 3D-SasTech-Protektoren bietet man das höchste Maß an Sicherheit. Zumal sie sich bei Körpertemperatur dann ganz an den Körper anschmiegen. Und das ist beim Fahren äußerst wichtig. Dann hat man keine Druckstellen und längere Fahrten sind auch dann kein Problem. Und trotzdem das höchste Maß an Sicherheit. Zusätzlich wurde die Kombi nicht nur mit ZasTech 3D-Protektoren ausgestattet. Skillskin, die ja weithin bekannt sind im Rennsport, haben eine Weiterentwicklung gebracht für den Unterarmschutz. Und den hat man natürlich auch mit integriert in die Kombi. Diese Kombi hat wie jede andere Rennkombi natürlich auch auswechselbare Knieschleife. Diese sind aus Holz, was natürlich einen erhöhten Fahrspaß generiert. Warum? Ganz einfach. Holz ist weicher und fühlt sich auch sanfter an beim Berühren mit dem Asphalt. Wenn das Knie dann auf dem Boden schleift und man muss sich ein bisschen abdrücken, fühlt sich das einfach homogener an. Es funktioniert einwandfrei. Und das Lustige ist, es riecht immer so ein bisschen nach Lagerfeuer-Romantik, wenn man mit den Knien geschliffen hat. Vor allem die Jungs, die hinterherfahren, haben Spaß daran. Denn es entwickelt sich so ein kleiner Rauch und sie riechen das natürlich auch. Und ich finde, das ist einfach eine tolle Idee und eine tolle Weiterentwicklung, da einen nachwachsenden Rohstoff dazu zu verwenden. Es ist einfach, ja, state of the art. Und so sieht das gute Stück deiner Mann aus. Hulu, wie fühlt es sich an? Wie Joe bereits sagte, super bequem. Gibt's übrigens auch für Frauen. Und? Du hast recht. Fühlt sich gut an und sieht geil aus. Mit dieser Kombi seid ihr definitiv auf der sicheren Seite. Und wenn euch die Videos gefallen, dann schaut doch auf unserer Facebook-Seite vorbei und schreibt uns eure Fragen, Anregungen und Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Bruno. Und eure Sarah. Absolut. Sägeμο. B